Hallo Leute, weiter geht's beim Duell der Champions von morgen, ausgerichtet vom Golden Boxing in Wiesbaden und dem hessischen Boxverband. Mit einem Kampf in der Klasse der Schüler bis 38 kg. In der Roten Ecke für den TSV Bad Kissingen, Elias Leifels. Und für die Gastgeber in der Blauen Ecke vom Golden Boxing in Wiesbaden, Leon Homburg. Wir wünschen euch viel Spaß. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert unseren Kanal. Euer Team. Partner der Vereine. Ringweil Wunder. Ringweil Wunder 1. Ringweil Wunder. 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 Auf! Jawohl, weiter, weiter! Berlinippnis Berlin разбutes Berlinipps Berlin 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 anderen Berlin Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieger einstimmig... ...Blauio!